Servus, grüßi, hallo und moin moin. Heute ist Sonntag und heute haben wir den 8. September und wir sind in Daulsen. Das ist bei Pferden, zwischen Pferden und Achim. Und hier sind heute ganz viele Oldtimer und zwar Feuerwehr-Oldtimer. Ich komme zwar ein bisschen spät, viele sind schon weg, 109 waren heute da, aber alles weitere und die Bilder nach dem Trailer. Yeah! Servus, grüßi, hallo und moin moin. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir sind wieder da. Wir sind in Daulsen bei Pferden. 100 neue historische Feuerwehrfahrzeuge haben sich heute hier ein Stelldich eingegeben und ich habe von der Veranstaltung leider nur ganz kurzfristig erfahren. Macht aber nichts. Ein paar Bilder haben wir noch einfahren können und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Angucken der Bilder dieser wunderschönen alten Feuerwehr-Oldtimer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert mich oder schreibt mir einen netten Kommentar oder ladet mich doch einfach mal auf euren Event ein. Dann komme ich mit der Kamera und wir sehen alles. Bis dann. Tschüss aus Pferden. Yeah! Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.